Hallianuallöchen, nach der kleinen Pleite, würde ich es mal nennen, mit Platzika. Weiß ich nicht, versuche ich vielleicht noch mal? Ich muss nur lang genug warten, um es abzuschätzen zu können. Ich meine, ich habe noch eine Menge andere zur Auswahl, die ich tatsächlich doch spielen kann, merkwürdigerweise. Ähm, ich würde einfach, okay, ähm, ja, haben ähnliche Werte. Ja, jetzt habe ich extra schon einen... Ah. Oh, Entschuldigung, okay. Ob ich Platzika nehmen kann? Wow, Ranger, da wäre eigentlich ein Fernkämpfer ganz geil. 10 Sekunden remaining. 5 Sekunden remaining. Macht mich dann als Drache noch stärker, das war jetzt meine Überlegung. Peter Dei Supporter. Was ist denn das Italienisch? Nee, ist das Italienisch? Nee. Ist das Italienisch, Französisch? Keine Ahnung. Auflane, ich brauche einen... Nee, Moment. So. Wobei. Schild ist okay. 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 Nimm, du verlierst Geld. Oh Gott. Der hat 613 Siege. Ich habe nicht mal so viele Spiele. Und... Und der hat nur 82 Empfehlungen. Oh, also manchmal... Was macht denn mein... Manchmal weiß ich echt nicht, was man... Also echt jetzt hier. Greenscreen. Nervlich. Okay. Prepare for battle. Yes. Ich sage Dror Ranger mit ihrer Passiven. Slada Sniper in der Mitte, wenn... Ja, wenn der gepusht werden kann. I need no speed. Mal sehen. Den Kurier. Okay. Sie lässt ihn mir. 30 Sekunden zu battle. Das gibt's einfach nicht. Die battle beginnt. Jetzt ist der aus dem Ping-Hagel rausgegangen. Forward. Hm. Das Bild, was ich gerade hier hatte, war eigentlich auch ganz nice. Wenn man sich überlegt. Einfach mal... Zwei als... Oh, okay. Silencer, okay. Das ist natürlich... Ah, ich bin viel zu langsam in der Mitte. Ich muss aufpassen mit dem dämlichen Hupf. Oh, okay. Hm. Ich muss ja sagen, ich gehe, aber... Ich sieht... ...hier... ...kommt natürlich nicht hin. Scheiße Okay. First Blood passt doch. Von der Zeit her. Verdammt, ich muss... Der macht gar nichts. Mein Gott, der macht überhaupt nichts. Da fehlt doch ein Raum. Ich mach nur aufs nächste Level. Eigentlich. Ich muss eigentlich nur aufs nächste Level. Dein Ernst? oh scheiße dammit ahhh a dragon rises from the ashes it has suffered dragon to the fray so oh shit, who used to say silencer ist der da oh ja einfach aus Prinzip gut, jetzt habe ich mich einmal in die Schusslinie geworfen ich hätte ihn stunnen können in dem Moment ich bin jetzt nur nicht aufgegangen ich habe es nur irgendwie verpeilt ja dein mittelst ist unter attack hm 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 das ist ja witzig was ich um ihn bis dahin ist oh oh hat er sich selbst umgebracht ok Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber der muss jetzt... Dass man dann tatsächlich keinen, noch nicht mal einen Assist bekommt oder dass das Geld dann aufgeteilt wird. Das ist echt dreist. Immerhin haben wir ihn ja praktisch zum Selbstmord getrieben. Also von da her ist das ja... Oh, okay. Ja. Okay. Deine Mitte-Tower ist unter Attack. Ich brauche diese Schaden. Ja, verstecken ist er ja nicht. Oh mein Gott, im Ernst. Oh mein, den Spieß kann man auch umdrehen. Wow. Shit, 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 shit. Fuck. Uncool. Da ist sie auch schon zweimal gestorben. Der ist der erste mit Ulti. Okay. So, sie holt sich jetzt die Rune. So, sie ruhig. Nee, gar nicht. Okay, sie geht unten rum. Hat er jetzt vielleicht eine bessere Verbindung oder so? Dammit. Irgendwie hat sich unsere Rune geplompt. Und es ist nicht gut, wenn in unserem Jungle irgendwer rumrennt. Das ist wirklich nicht cool. Ich hätte jetzt den Leid. Naja. Ich muss mich eigentlich mal unsichtbar machen. Okay, da ist zwar immer noch keine. Ja. Aber vielleicht auch im Rückweg. Wenn ich Glück habe, ist vielleicht da eine. So was wie Unsichtbarkeit. Okay, keine. Dammit. Natürlich. Okay, scheiße. Silencer ist da. Ah, ich würde gerne wissen, wann die wiederkommt. Ja. Die habe ich irgendwie. Muskelzucken. Ja. Recht hinten am Rücken. Keine Ahnung, warum. Okay, er hat mich gesehen. Nehme ich doch mal an. Das würde heißen, die haben da ein Wort stehen. Na mal. Oh, my. Wuisho. Guck mal an. Der Schmunk ist ein Blatt. Das ist nicht klar, wenn der Schmunker SIb. Ich brauche keine Städte. Ich war immer noch sein lassen, ne? Oh mein. Unpassender Moment, mich zu erschrecken. Schwede. Ah, fuck. Das wird zu knapp, das wird zu knapp, das wird zu knapp. Oh man. Gott, glücklicherweise habe ich das noch. Dammit. Nicht gut. Wir brauchen mehr Kills. Das stimmt schon. Oh man. Ich bräuchte. Verdammten Sentry. Die. Oder zwei. Wie hat er das denn hingekriegt? Weißrussen. Weißrussen. Was ist das denn? Okay. Lone Druid. Zum Glück nicht unser Team. Oh, da musste wohl jemand ins Bett oder sowas. Weißrussen. Das wird wohl gewesen sein. Oh, dammit. Dammit. I need no steam. I need no steam. I thought there's fortune. Shit. Damn. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Das war so knapp. Hätte ich den noch. Ja, wenn du das kannst, schön und gut, aber... Das macht mir eher weniger was aus. Wir müssen das Silence haben. Das ist ja Silence. Oh, wow, 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 wow. Alles klar. Hm. So. So. Scheiße. Dammit. Zwölf. Ich kann ja den schon auf... Wurmblade. Ich ziehe eine Wurmblade. Ich ziehe eine Wurmblade. Silence. Ah, das nervt. Ähm. Das bedeutet auch immer eigentlich, dass sie was vorhaben. Die verschwenden ja nicht sinnlos ihre... ...sachen. Oh, schön. Wieso Hammer? Wieso Hammer? Anton... Anton... Antoni... Warum hat man... Silencer ist auch raus? Your top tower is under attack. Of course. Frag mich nicht, was da jetzt abgeht. Das ist merkwürdig. Sehr merkwürdig. Und Sniper hat es gut verlassen. Okay. Das wird jetzt langsam interessant von dem Spiel verlassen. Scheiße. Nicht schon wieder. Ja, die zweite Stufe seiner Ulti. Was soll man da machen? Scheiße. Die Schreie ist etwas zu. Die Schreie ist etwas zu verabschied. Die Schreie ist etwas zu verabschieden. Die Schreie ist etwas zu verabschieden. Ich brauche keine Steen. Hm. Den unsichtbaren Hammer haben wir eigentlich nicht mehr. Den für 50 zu verkaufen? Hat die einen Stunt? Nee, oder? Ich dachte, die Aura wäre für alle. Ach nee, Fernkamperei. So. Das ist Level 11, das könnte uns rein Blinden darstellen. Das ist nur, weil der so gefährdet ist. Das Problem ist jetzt eigentlich ein bisschen hier. Ich weiß nicht, ob sie das Spiel schon... Ach nee. Jetzt kriegen die A noch. Jetzt kriegen die... ...noch Geld hinterher geschoben, wobei die eh schon stark sind. No, okay. Okay. Und wirklich, wer ist grün? Slatter. Ah. Ah... Okay, ich weiß, wer der echte ist. Jetzt nicht mehr. Das dämliche Schild war im Weg. Keine Ahnung, wer der richtige ist, sonst würde ich einen Spiegel stammen. Deine Top-Tower ist unter Attack. Der Drogon wächst. Deine Top-Tower hat fallen. Er hat sich selbst umgebracht. Schon wieder. So ein Drecksack. Ja. Der Kerl hat sich schon wieder selbst umgebracht. Er fährst das Ganze eigentlich. Nicht so allein. Die Möglichkeit auf Crit Damage. Oh, sie haben ihn bekommen. Das ist ja wunderbar. Und der ist oben. Äh, nee, boah, okay. Look out. Ja, ja, ja. Ah, ja, ja, Keks. No, und war orange, tatsächlich. Damn. Moment, wo sind denn jetzt zwei? Wie kam der so schnell da hin? Ah, ich brauche eh nur Platz. Okay, ein blauer. Oh, shit. keine fresse was soll das hoffentlich beendet er das jetzt auch schade, wieso kann ich hier nicht hinein hm ok ich weiß wo einer ist ich vermute zu wissen wo der andere ist möglicherweise habe ich da sogar recht ich krieg hier nicht auf die fresse so und irgendwer drawranger hat anscheinend aufgehört zu spielen ah nee drawranger ist tatsächlich noch dabei ok ich weiß dass du da bist ich weiß auch dass du da bist ha 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 your middle town is under attack bye bye play your middle town is under attack Ich habe ihn gesehen. Er mich wahrscheinlich auch. Vielleicht auch nicht. Ich blöde es eben nur. Ich möchte einfach mal... Die sind halt nur am Lane pushen. Um uns Probleme zu machen und uns dann an der eigenen Lane klein zu plocken. Das Problem, dass wir dann da auch drauf eingehen. Leider. So, jetzt habe ich zumindest das schon mal. Oh, scheiße. Im Ernst? Ja, ich weiß. Gut, er hat den Stump. Stimmt auch, aber ich habe auch den Stump. So, jetzt... 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 Zweiundzwanzig. Sag mal, was hat der Vollidiot sich eigentlich dabei gedacht? So dämlich. Okay. Nicht mal mit. Das ist doch mit mir wohl nicht alleine gehen. Mhm, da ist er schon wieder. Psst, dammit. Bleib hier. Geil. 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 immer schön brav hinterher rennen so ist der plan dammit immerhin ist er noch 15 sekunden lang raus das problem ist eben der allerkerl ist trotzdem dass wir ihn umgehauen haben ziemlich stark immer noch ich auch machen können dann warte auch bis wir alle da sind oder da Die Schmerzen der Bremse ist untertitelt. Meine Arbe wird stärker. Ja! Die Schmerzen der Bremse ist untertitelt. Natürlich! So! Ich kann die Reaktion nicht so gut! Ich bin hier! Die Schmerzen der Bremse ist untertitelt. Jetzt sind wir hier! Scheiße! Dammit! Your middle tower is under attack. You can't escape the dragon. Your middle tower is under attack. No! No! Your bottom tower is under attack. Geht er da hin? Geht er da hin? Da war der. Dann greift er die Wave an. Und peilt nicht erstmal wo der Kram ist. Was macht er? Mann! Armored! Moundstix! Undangere! Onward! Okay, der ist zurückgegangen. Ich weiß nicht, ob das jetzt was zu bedeuten hat. Ich hatte ihn so gut wie zurück. Der verdammte Miestkerl. Ein bisschen öfter crit, wird auch nicht schaden. Meine Fresse, einfach mal zurückgehen. Scheiße! You had your warning! Consider the consequences. Will you rest? I go, Asbid. Es... Es... The sleeping dragon wakes. I'm getting me johnt on earth. By my blade. Man, man, man. Radiant structures are fortified. I need no steam. The enemy's middle tower has fallen. Compelled to battle. Noch 15 Sekunden. Fast as a diving dragon. Blast you. Okay. Compelled to battle. Ah, blink. Enjoy your last moments. Drag it out. Oh, dear Lord. Ah, das war mir nicht. Onward. Er kommt. Oder? Nee. Dragon to the frame. Ah. Scheiße, die ist schon wieder tot. Onward. Ob wir den tatsächlich so kriegen? Dragon out. Ah, das war mir nicht. Scheiße. Ah, das war mir nicht. Scheiße. Ah, das war mir nicht. Okay Nein Nein Stimmt was nicht Das waren keine elf Sekunden von Haken zu Haken Bestimmt nicht Ich will mich nicht zurückkaufen 20 Sekunden noch Das war's 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 Das 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 Problem ist eben, wenn er mich jetzt wieder mit seinem Messer silenzt. Ich muss ja irgendwo hin. So, tauschen wir das erstmal. Irgendwo war er hier. Das ist ja immer mein Stump, das ist noch gut. Scheiße. Fuck. Damn. Jetzt kann er sich sieben Minuten lang nicht zurückkaufen. Das ist eigentlich aus. Ich nur ein Mann, ne? Der andere. Das ist leider. Das ist echt ein Problem. Ich hab's voll vergessen. Ich kann ja noch die anderen spüren. Hä? Hä? Er ist weg. Ich hätte mit Sniper die Ulti darauf hauen sollen. Hätte eigentlich funktionieren müssen. Theoretisch. Of course. Okay. Onward. Hm. Monkey King Bar. Boat. Das kann ich, ich weiß. Yes. Kann sein. Ich will das. Who cares. Ah, das muss zurück. Das muss eigentlich zurück. So. Brauche ich 1400. Hm. Hoffnung mal, dass ich nicht draufgehe. So, 8 Sekunden. Ah, Silencer. Okay. Scheiße. Scheiße. Oh shit. Oh shit. Ah, nein, 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 nein. Nein. Ah, er war tot. Scheiße. So knapp, so knapp. Schaden und Angriffstempo, ja. Okay. Just so. Hmm. Okay. 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 Nur ärgern. Ich werde nicht schieven Wormbladet, bis es bladet wurde. Hauptsache Stärke und Angriffsgeschwindigkeit. Oh, 75, okay. Ich weiß nicht, ist das oder nah? Wahrscheinlich hat er den True Sight aufgehoben. Okay. Wir müssen definitiv die Lanes durchbrechen. So, du kommst jetzt auf V. Das ist meine Lebensversicherung. Gut, wenn wir es durchpushen könnten. Wird das natürlich klasse, aber ich glaube das sind nur Illusionen, die der da hat. Sturm Spread kommt allein nicht so schnell voran, das ist gut, das ist sehr gut. Wow, 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 wow. Okay. Okay. Und wir alle gießen. Uh oh. Und dann. Schöne, Schöne, Schöne. Nein, 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 nein. Okay. Oh shit, oh shit, oh shit And with strange eons, even death may die Schon krass, was da alles ist Die, was baut die sich denn? Oh, what did I miss? Wicked shit Defend and kill Defend and kill Defend and kill Wirklich, der hängt sich jetzt an mich ran Okay, der echte hält sich schon links Der echte könnte sich Tatsächlich Okay War das jetzt der echte? Ich bin verwirrt Das muss ja der echte sein Enjoy your last moments Try to try this Dammit Nein Nein Sag bitte, dass er wieder zurückkommt Sag bitte, dass er wieder zurückkommt Mein verdammten Mars hat noch Silence ist gestorben So Slada Oh, scheiße, der hat echt aufgegeben Der hat echt aufgegeben Oh, scheiße Oh, fuck Du gehst hier raus! Ich habe keine Feuer. Geh aus. Du hast keine Grunde für mich zu fragen. Als es ist in meiner Macht. Ich sag nicht, dass ich auch noch raus ist. Verlieren wir das jetzt, weil dieser Idiot nicht weiterspielen wollte? Ich hoffe, der kommt gleich wieder und der hat nur... Das Spiel hat schon aufgegangen. Das ist ja schon... Verdammt! Wie soll das denn funktionieren? Verdammt! Oh, die anderen aber auch. Ja! Ah, scheiße! Ja, die Statue von Storm Spirit zerstört. Sieht er nicht. Okay, nein. Das ist echt ein Problem. Scheiße! Im Ernst? Nein, 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 nein! Was war dann das Spiel verlassen? Scheiße! Nein, 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 nein! Wo ist das? Wieso bin ich so... Dreck! Zu langsam! Wirklich? Das ist... Sehr gut! Ne, ich muss hier rüber. Ich muss da rüber. Das Problem ist, Precious... Vorne. Okay. Den Turm... Kann ich machen. Ich kann hier eine Welle rausnehmen. Slada bewegt sich tatsächlich wieder... Oh Gott! Yes! A soldier's fortune! Dragon to the throne! I'll make this down for order! Oh shit! Oh shit! Jetzt habe ich es zweimal versucht und zweimal wurde ich aufgehalten. Hmm... Hmm... Der ist noch nicht mal Level 25. Double Damage... 10% Chance auf Crash... Nicht schlecht! So... Wow... Okay... Das... War nicht... So... Wir sind... Genau... Die auf Top wie auf Bot sind... Äh... Stärker... Was uns nicht wirklich weiterhilft. Was? Deine Basis ist unter Attack... Deine Basis ist unter Attack... Deine Basis ist unter Attack... Nur stoppen... Nur stoppen... Nur stoppen... Nur stoppen... Scheiße... Nein... Konnte ich den dann verlieben... Außen... Dammet. Dammet. Dammet... Dammet... Scheiße, 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 Scheiße. Der erste Verflut. Der erste Verflut. Dein Begriff ist unter attack. Der erste Verflut ist unter attack. Mein Vater hat mich aufgerüstet. Dein Meckler ist unter attack. Oh, krass. Das kann ich natürlich nicht. Jetzt! Dein Meckler ist unter attack. Radiant. Oh, Mann, 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 Mann. Da rennst du dir den Krotzen ab, kämpfst und kämpfst und kämpfst und... Und dann... Und dann... Ja... Der hat 1166 Gold pro Minute. Der hat 60.000 Gold. Das ist unglaublich. Ja, ich meine, der hat auch einen Skin dafür, der ist gut. Und dafür, dass der Gefitis gewonnen hat, gibt's nix. So ärgerlich, so ärgerlich. Müssen wir wieder eine Pause machen, sonst krieg ich wieder hier... Krieg ich irgendwann einen Haschmich.